Hallo und herzlich willkommen meine lieben Aktienfreunde. Heute hat SAP neue Zahlen vermeldet und die fielen nicht gut aus. Vom Markt ist die Aktie gen Süden geschickt worden. Hier seht ihr von Tradingview.com was passiert ist. Die Aktie ist schon länger etwas schwächer gewesen und jetzt diesen Strich nach unten. Das sind ungefähr 20% die die Aktie verloren hat. Momentan ist die Aktie von SAP für unter 100 Euro zu haben. Ihr habt euch natürlich dann auch gleich bei der Aktienfinder-Community auf Facebook gemeldet. Natürlich dann auch die Frage, ist die Aktie jetzt ein Kauf? Mein Name ist Thorsten Tiet, ich betreibe die Seite Aktienfinder.net und ihr wisst, es geht hier ums langfristige Investieren in Aktien, um von langfristig steigen Kursen und Dividenden zu profitieren. SAP ist ja eine der wenigen Aktien bzw. eines der wenigen Unternehmen, die uns aus Deutschland geblieben sind, die nach wie vor ganz vorne global mitspielen. Und wir haben die Aktie auch vor kurzem analysiert, haben das getitelt Goldmine im digitalen Zeitalter, dahinter aber ein Fragezeichen gesetzt. Und die Analyse ist noch nicht sehr alt, die ist vom 10. September, das heißt die haben wir vor eineinhalb Monaten hier auf dem Aktienfinder-Blog veröffentlicht. Völlig kostenlos. Unser Fazit damals gewesen, wir haben hier das Geschäftsmodell und so weiter vorgestellt, ist alles nach wie vor top aktuell. Ich verlinke die Analyse hier jetzt auch gleich. Unser Fazit gewesen, qualitativ hochwertige Aktie, aber zu teuer. Warum war uns die Aktie damals zu teuer? Sie hatte damals 135 Euro gekostet. Das siehst du hier den Screenshot aus der dynamischen Aktienbewertung. Wir haben gesagt, die Aktie ist mit 135 Euro überbewertet. Was wir auch noch gesagt haben war, wir glauben, dass die Analystenprognosen sehr optimistisch sind. Hier steht es, sehr optimistisch erscheinen uns die Analystenprognosen und aus unserer Sicht war die Aktie damals klar überbewertet. Also hier nochmal der Aktienkurs, der war ungefähr da oben bei 135 Euro. Und wie gesagt, jetzt gibt es doch die Aktie deutlich günstiger. Und ich wiederhole die Eingangsfrage nochmal, ist die SAP Aktie aus meiner Sicht nun ein Kauf? Da würde ich sagen, gehen wir mal in den Aktienfinder rein und in der Zwischenzeit, wo das kurz hier lädt, was ist eigentlich passiert? Das Management hat bekannt gegeben, dass die Auswirkungen von Corona längerer Natur sind und im Prinzip schwerer ausgefallen sind, nachteiliger ausgefallen sind, als man das ursprünglich geschätzt hat. Interessant zu wissen, dass die Auswirkungen von Corona auch noch weiter anhalten sollen, und zwar bis mindestens in die erste Jahreshälfte 2021. Das wird auch Auswirkungen definitiv auch auf andere Unternehmen haben, nicht nur auf SAP. Mal kurz am Rande, ich habe gestern im Livestream Striker und Intuitive Surgical analysiert, die entweder beim oder über dem Vor-Corona-Höchskurs sind, obwohl ihre Umsätze und Gewinne Corona-bedingt rückläufig waren. Ich habe dann gestern auch festgestellt, dass das ein Widerspruch ist, beziehungsweise eine widersprüchliche Entwicklung, die sich irgendwann mal auflösen muss in die eine oder andere Richtung. Wir hatten Intel gehabt, die enttäuscht hatten, wir haben Cisco gehabt, die enttäuscht hatten, und immer geht es im Prinzip um Investitionsrückhaltung, weil die Kunden nicht wissen, was morgen sein wird, aufgrund von Corona. Und wenn ihr die Nachrichten anschaut, der zweite Lockdown in unterschiedlichen Ländern, der schwebt über uns wie ein Damoklesschwert, und wenn das mal runterkommt, dann kann es kurzfristig ungemütlich werden. Wir sind hier aber keine Crash-Propheten, weil wir langfristig investieren in qualitativ hochwertige Unternehmen. Und ich wiederhole mich an der Stelle gerne, das ist bei SAP der Fall, qualitative Hochwertigkeit sozusagen. Nun gut, was ist jetzt genau passiert? Die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr wurden bezüglich Umsatz und Gewinn in einer gewissen Spanne um Pi mal Daumen 3% nach unten korrigiert. Das klingt jetzt gar nicht so wild im Vergleich zu 20% Kursverlust an einem Tag. Spricht also erstmal dafür, dass man doch jetzt in die Aktie einsteigen könnte, falls man es auf SAP schon länger abgesehen hat. Noch ein bisschen, was das Management weiterhin gesagt hat, dass Investitionen in besonders hart getroffene Branchen, dass da die Kunden die Investitionen insbesondere zurückgestellt haben, wenig überraschend. Gut, wir haben ein ganz spezielles Problemkind bei SAP, das nennt sich SAP Concur. Das ist eine Software für Reiseabrechnungen. Da wird quasi on the go oder on the fly bezahlt. Da werden dann Umsätze generiert für SAP, beispielsweise über eine App. Und wenn da halt auch weniger gereist wird, dann gibt es eben auch weniger Umsätze. Hier droht eventuell Ungemach, wenn das länger anhalten sollte, denn für mehrere Milliarden ist SAP Concur vor wenigen Jahren übernommen, beziehungsweise gekauft worden und als hundertprozentige Tochter in den SAP-Konzern eingegliedert worden. Das zeige ich mal kurz. Wenn wir das Chat-Lehr auch ändern und dann ein bisschen hier runtergehen, dann sehen wir hier hohen Goodwill. Und da sind eben auch ein paar hundert Millionen von SAP Concur dabei. Ich habe die genauen Zahlen leider nicht. Ich habe die so auf die Stelle nicht gefunden. Ist aber davon auszugehen, dass wir hier Goodwill haben. Und je länger diese Corona-bedingte Reiseunlust anhält und umso mehr sich das dann strukturell verschiebt, dass weniger gereist wird, umso weniger wertvoll die zugekaufte SAP-Tochter, umso wahrscheinlicher, dass wir hier Abschreibungen sehen werden. Und das verhagelt natürlich dann den bilanzierten Gewinn. Und würde auch tendenziell eher auf den Aktienkurs belastend wirken. Das hat das Management nicht gesagt. Das sage ich. Und das ist, das sehe ich, noch eine tendenzielle Gefahr. Allgemein ist es so, dass das Management sagt, jetzt gehen wir wieder zu dem, was das Management gesagt hat, dass die Zielerreichung bei Umsatz und Gewinn um ein bis vielleicht sogar zwei Jahre nach hinten rausgeschoben werden. Ja, und dann ist auch noch ein Thema die Cloud. Warum die Cloud? Weil Cloud ist the future quasi. Und die Cloud ist mittlerweile für ungefähr ein Drittel der gesamten Umsätze von SAP verantwortlich. Gute Nachricht, die Cloud wächst nach wie vor. Um 10% ist jetzt gewachsen weiterhin. Wäre sogar um 16% gewachsen, Quartal auf Quartal. Aber die Wechselkurse waren etwas nachteilig. Und zwar hat der Dollar an Wert verloren. Und viele Umsätze macht SAP in den USA. Das heißt, ihre in US-Dollar faktorierten Umsätze sind halt weniger wert. Da kann man nichts dafür. Wenn es blöd läuft, läuft es halt gleich richtig blöd. Aber das würde ich jetzt nicht überbewerten. Der gesamte Umsatz und Quartal ist sogar um 4% gesunken. Wäre aber, wenn der Dollar nicht an Wert verloren hätte, im Prinzip flach weiter verlaufen. Gute Neuigkeiten, wenn man so will. Wenn wir was Gutes suchen wollen. Die Cashflows sollen höher ausfallen als im Vorjahr. Was aber wenig überraschend ist, weil wir vorher höhere Belastungen hatten. Aufgrund von Restrukturierungsmaßnahmen. Und auch gute Nachrichten. Eigentlich 72% der Umsätze im Jahr 2020. Dann sollen ungefähr 72% wiederkehrende Umsätze sein. Also Subscription-Based Revenues und nicht Transaction-Based Revenues. Also es ist nach wie vor nicht ganz hofflungslos mit SAP. weiterhin ein qualitativ hochwertiges Unternehmen. Aber Corona-bedingter Gegenwind. Wir haben hier im Aktienfinder jetzt noch nicht die von den Analysten nach unten prognostizierten Zahlen. Sie sind aber so, dass sie nicht abwegig sind. Also wir haben zum Beispiel hier einen Umsatz von 28,2 Milliarden Euro für das Jahr 2020 in Aussicht gestellt. Der wird ein bisschen nach unten gehen. Vielleicht so auf 27,5 Milliarden. Das haben wir, also da geht es ein bisschen was, was wir nach unten korrigieren müssen. Und das wird garantiert auch jetzt so in den nächsten Tagen leicht nach unten gehen. Auch bei den Marschern und auch hier etwas beim Gewinn jedenfalls. Beim Cashflow wahrscheinlich weniger. Aber es ist nicht so, dass das, was ihr hier seht, später ein komplett anderes Bild haben wird. Was jetzt interessant ist, die Frage oder die Mutter aller Fragen, wie ist die SAP-Aktie bewertet? Ist die Aktie jetzt ein Kauf? Kann ich natürlich nicht für dich sagen. Ich gebe ja auch keine Kaufempfehlung ab, sei an der Stelle nochmal erwähnt. Gucken wir uns das Ganze jetzt mal an bezüglich der Bewertung. Müssen wir uns ja wieder den Zeitraum auswählen, der für uns charakteristisch ist. Und ich würde diesen Zeitraum hier auswählen, damit ich dieses 14er KGV nicht drin habe. Das sieht dann so aus. Wir machen die Cashflows weg und verlassen uns mal hier auf Dividende. Etwas weniger wichtig, die Dividende, weil die meiste Rendite wird von der Kursentwicklung abhängen bei SAP. Der bereinigte Gewinn, der ist auf jeden Fall wichtig. Den bilanzierten lassen wir auch mal drin. Jetzt nehme ich die raus, aber hole uns die fairen Werte rein. Einmal, zweimal, dreimal. Dann zoomen wir hier ein bisschen rein. Und dann sehen wir, dass wir jetzt mittlerweile ein ganz anderes Bild haben, als es noch vor ungefähr sechs Wochen der Fall gewesen ist, als uns die SAP-Aktie zu teuer war. So hat das Ganze damals ausgesehen. Da war der Aktienkurs gewesen und die fairen Werte lagen hier unten. Und sechs Wochen später liegen die fairen Werte doch sehr genau da, wo der Aktienkurs heute liegt. Der Aktienkurs ist also genau auf die fairen Werte gedotzt, wenn ihr so wollt. Jedenfalls basierend auf dem bilanzierten Gewinn, aber auch ganz nah beim bereinigten Gewinn. Jetzt müssen wir noch berücksichtigen oder können es noch tun, dass hier die Analysten wahrscheinlich noch leicht hier die Aussichten für den Gewinn des laufenden Geschäftsjahres, aber auch für die nächsten Geschäftsjahres etwas zurücknehmen werden. Das heißt, tendenziell wäre dann die SAP-Aktie immer noch leicht überbewertet. Das ist auch schon eine wichtige Erkenntnis. Es ist jetzt nicht so, dass SAP das super Schnäppchen war. Lediglich die Überbewertung wurde innerhalb eines Tages hier, wenn ihr so wollt, komplett abgebaut oder nahezu komplett abgebaut. Jetzt sind wir also hier bei dem roten Punkt. Und jetzt wäre noch interessant, wenn ihr die Aktie kauft, welche Rendite könnt ihr denn da erwarten? Dann können wir hier mal ein bisschen spielen. Dadurch, dass die fairen Werte noch etwas nach unten gehen sollten in den nächsten Tag, weil die Analysten die Schätzungen zurücknehmen, würde ich auch mal sagen, wir werden jetzt auch ein bisschen vorsichtiger hier Prognosen anstellen, beziehungsweise wir werden hier einen fairen Wert ein bisschen nach unten schrauben. Können wir ja machen, zum Beispiel hier hin. Da hättest du aufs Jahr eine Renditeerwartung inklusive Dividende von Pi mal Daumen 10%. Kannst auch noch ein bisschen kürzer treten. Das wäre also mit dem Markt, beziehungsweise ein bisschen besser als beim Markt. Pluspunkt, wie gesagt, 72% der Umsätze sind bereits wiederkehrend. Plus die Umstellung auf die Cloud, die ja immer noch im Begriff ist, führt erstmal dazu, dass Umsätze nach hinten geschoben werden, im Gegensatz zu transaktionsbasierten Zahlungen, wo dann die ganze Kohle auf einmal kommt. Das drückt erstmal auch etwas die Margen und selbstverständlich die Umsätze. Aber auf lange Sicht ist es eine gute Sache, erstens mal wegen der Sicherheit, aber dann auch noch für die Margen und später skaliert dieses Cloud-Business dann auch sehr schön und sind das, wie gesagt, stabile Umsätze. Also, lange Rede, kurzer Sinn, kommen wir auch schon zum Fazit. Vor kurzem war die SAP-Aktie aus unserer Sicht jedenfalls noch deutlich überbewertet. Heute hat sie das meiste an Überbewertungen abgebaut. Damals kamen uns die Analystenschätzungen, es war ja auch schon zu Corona, wir waren ja damals schon in der Corona-Krise, etwas optimistisch vor. Mittlerweile halten wir es für realistischer, insbesondere dann, wenn wir sowieso selbstständig auch noch ein bisschen nach unten korrigieren. Und insofern, falls ihr bereits mit der SAP-Aktie geliebäugelt habt und ganz schon nah über dem Kauf-Button mit eurem Zeigefinger geschwebt habt, dann könnte jetzt auch der letzte Druck nach unten quasi gehen. Es ist aber keine Eile geboten, ich gehe nicht davon aus, dass die SAP-Aktie, aber das ist nur meine persönliche Einschätzung, jetzt wieder so ein Rebound nach oben macht. Ich glaube eher, dass wir momentan vielleicht so in einer Phase sind, wo Mr. Market sich mehr und mehr bewusst wird, dass die Corona-Krise weiter anhält und einige hochbewertete Aktien tendenziell nach unten schicken wird, so wie er es bei SAP gerade getan hat. Also ihr könnt auch gerne noch ein bisschen abwarten und euch eigene Gedanken machen. Euer eigenen Gedanken sowieso immer empfehlenswert. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, schreibt unter die Kommentare drunter, wie ihr das Ganze seht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!